ich falle jetzt gleich mal mit der tür ins haus es könnte sein ich bin vielleicht schwanger hallo ich bin elie nix und das ist der zwanzigste part meiner werwolf challenge viel spaß im letzten part haben wir jana ja wieder in der uni eingeschrieben und was soll ich sagen es läuft einfach nur großartig also ganz wirklich großartig ohne jeglichen sarkasmus jana schlägt sich wirklich sehr sehr gut ich habe in der zwischenzeit wieder einige tage gespielt in denen sich jana eben hauptsächlich um die uni gekümmert hat und auch ein paar werwolf dinge fürs rudel erledigt hat aber ich hätte gesagt wir schauen am besten gleich mal rein und mit diesem traurigen bild starten wir in den part hinein bleibt da hund und zwar hat gerade dieser unglaublich zuckersüße hund das ist kona sie seine streunerin hier das vergammelte essen gegessen jana wird jetzt mal aufhören mit ihren hausaufgaben und wird sich mal vorsichtig bei kona vorstellen sie ist einfach unheimlich süß sie sieht aus wie ein lebendiges kuscheltier ich hoffe sie verstehen sich gut sie haben jetzt mal bekanntschaft miteinander gemacht dann wird jana gleich mal probieren mit ihr zu spielen wird ihr ein großes leckerchen geben und dann werden wir sie kennenlernen die beiden sind unglaublich süß es kann ja sein dass der ein oder andere von euch das schon verdrängt hat aber unser joharu ist ja leider schon ein senior das heißt wir werden nicht mehr allzu lange etwas von ihm haben und ja irgendwie sehe ich diese familie immer mit hund also vielleicht sollten wir kona adoptieren ist das auch ein streuner bella hier ist noch ein streuner was ist hier los und diese streuner sieht noch viel ärmer aus stell dich auch noch mal vorsichtig bei bella vor und sie fühlt sich jetzt unwohl stinktier gestern wegen nähe zu von stinkte besprühtem tier und ich glaube das ist dieses jetzt weiß ich natürlich nicht was ich machen soll da sind zwei zuckersüße hunde beide sind streuner das kann ich eigentlich nicht verantworten aber wir können auch nicht beide hunde adoptieren das sind einfach zu viele hunde das geht nicht das können wir nicht machen jetzt weiß ich natürlich nicht was ich tun soll am besten werde ich jetzt einfach mal nichts überstürzen und ihr lasst mir in den kommentaren da was ich machen soll also ob wir bella adoptieren sollen ob wir kona adoptieren sollen ob wir beide adoptieren sollen oder vielleicht doch gar keinen von ihnen ich bin ehrlich gesagt ein bisschen überfragt also wie gesagt schreibt mir das in die kommentare und ich werde die nacht jetzt noch durchspielen da jana sich noch um die uni kümmern muss und ich weiß nicht warum aber raya möchte immer am sofa schlafen dabei kann sie ohnehin im bett schlafen weil ihre mutter ehrlich gesagt die meisten nächte durcharbeitet und nun haben wir kurz nach 8 uhr früh raya ist gerade auf dem weg in die schule und jana stellt hier irgendetwas her sie stellt einen esstisch her genau ich habe sie übrigens auch an der schreibfähigkeit arbeiten lassen also sie hat jetzt schreiben level 3 tatsächlich besser als gedacht ich habe ja mal erwähnt dass ich glaube ich gerne hätte dass sie nebenbei bücher schreibt ich finde das passt irgendwie zu ihr und sie hat sicher ein paar coole stories über ihr werwolf leben zu erzählen das müssen wir dann früher oder später auch noch angehen und sie hat dann auch gleich uni heute hat sie nämlich tatsächlich nur okay heute hat sie tatsächlich einige vorlesungen die letzte dauert bis 15 uhr und raya ist auch um 15 uhr zu hause und das passt einfach perfekt denn heute von 17 bis 22 uhr findet der sporttag des football teams statt und ich glaube ich möchte gerne dass die beiden dort gemeinsam hinreisen dann können sie sich die high school einfach mal anschauen ich habe dort natürlich eine andere platziert und nicht die vom spiel gelassen denn ja am montag wird raya tatsächlich schon zur teenagerin und vielleicht kann sie dann schon einige ihrer zukünftigen mitschüler ihnen dort kennenlernen ich glaube das würde ganz gut passen und deshalb werden wir dann am nachmittag eben dort hinschauen vielleicht nehmen wir auch den fabian mit wo haben wir fabian denn hier weil immerhin habe ich im letzten part diese techtel mechtel beziehung entdeckt und ich glaube ich möchte das sehr gerne ausprobieren sie findet immerhin auch dass er sehr attraktiv ist sie sind beste freunde sie verstehen sich einfach super und ich finde das würde ganz gut passen vielleicht kommen sie ja dann irgendwann noch wirklich zusammen vielleicht aber auch nicht das werden wir dann schon sehen da werde ich jetzt nicht zwingen da schauen wir einfach mal was passiert übrigens haben wir für die uni tatsächlich alles abgeschlossen also wir haben zwei präsentationen gehalten für die abschlussprüfung haben wir schon gelernt und eine abschlussarbeit haben wir auch schon eingereicht und alle hausaufgaben haben wir auch abgeschlossen also wenn wir jetzt nicht alle lehrveranstaltungen bestehen dann weiß ich auch nicht lilly ist da die haben wir schon ewig nicht mehr gesehen dann bitte sie einfach mal herein und nein du kannst nicht weil du hast gleich den nächsten unikurs sorry lilly wir haben keine zeit aber während wir nicht da sind unterhält sich zumindest juro mit lilly ist lilly schwanger wusste ich dass lilly schwanger ist sie ist schwanger mit einem männlichen und einem weiblichen baby also sie bekommt zwillinge von sei nah ihr ich habe keine ahnung wer das ist aber freut mich voll für dich lilly das ist super cool lilly bekommt jetzt also auch kids kennen wir ihren mann oder freund oder was auch immer zumindest der vater ihrer zukünftigen kinder ich glaube nicht aber den müssen wir dann auf jeden fall irgendwann mal kennenlernen und jetzt ist lilly leider auch schon wieder gegangen kann ich hier nicht verübeln sie ist drei stunden vor unserer tür gestanden und hat sich mit unserem hund angefreundet und in einer stunde haben wir schon wieder uni aber weißt du was jana in der zwischenzeit kannst du zumindest einen kleinen snack essen eine schnelle mahlzeit ist einfach ein erdnussbutter gelie sandwich ich glaube jetzt versteht ihr auch warum ich gerade so viel skippe im let's play weil jana tatsächlich 90 prozent ihrer zeit auf der uni ist und in der restlichen zeit mussten wir für die uni arbeiten und das ist jetzt nicht unbedingt das spannendste gameplay überhaupt deshalb spiele ich das besser offscreen aber jana ist jetzt wieder da und aluna ruft sie gerade an wir haben kürzlich darüber gesprochen ein baby zu bekommen meinst du wir sollten es wagen wir möchten schon aber wir sind nicht sicher das ist eine große verantwortung was meinst du ja gut macht eben noch ein baby wie viel haben die denn schon eigentlich zwei julia und hannah okay dann eben noch eins vielleicht bekommen sie noch ein mädchen wäre irgendwie cool das ist eine sehr wie soll ich sagen mädchen dominierte familie raya wie geht es dir raya geht es auch okay dann kümmere dich mal um deine bedürfnisse wo bist du denn eigentlich ach hier okay geh mal auf die toilette dann kannst du eine kleinigkeit essen ist ein joghurt und ich glaube jana kann noch ein nap machen und sobald 17 uhr ist werden wir uns eben auf zur highschool machen und wir haben jetzt 17 uhr der sporttag des football teams beginnt stelle im football wettkampf deine fitness unter beweis oder chile und schnapp dir einen smoothie am merchandise stand ja ich hätte gesagt wir reisen jetzt gleich dort hin und zwar wird jana ihre tochter mitnehmen wieso können wir ihre tochter nicht mitnehmen ah hier raya dann nehmen wir joro mit warum auch nicht und dann würde ich auch noch gern fabian mitnehmen sehe ich ihn einfach nicht bin ich ganz verwirrt okay laden wir ihn einfach ein wenn wir dort sind ist kein problem und dann reisen wir jetzt das erste mal mit den beiden zur highschool ich glaube die kleine raya ist ganz schön nervös immerhin startet ihr leben als teenagerin sehr sehr bald und wie wir alle wissen das kann sehr aufregend sein deshalb hoffe ich sie hat einen schönen ersten eindruck von ihrer neuen schule und hier sind wir alle kommen mit dir okay sehr schön und dann kannst du gleich auch noch fabian einladen am aktuellen grundstück abzuhängen ich zeige euch noch schnell die schule wie gesagt ich habe sie aus der galerie ich fand sie deshalb sehr cool weil ich finde dass sie sehr oldschool aussieht und dadurch passt sie irgendwie sehr zur challenge natürlich haben wir hier alles was wir uns wünschen können ein büro hier eine kafeteria dann ein klassenzimmer hier noch ein klassenzimmer hier sogar platz zum basketball spielen irgendein raum der ist wie das auditorium und hier hinten findet natürlich der tag des football teams statt mit jeder menge feuerwerk wuhu okay ja sehr sehr cool hier sind natürlich ganz ganz viele teenager und sonst gar nichts also irgendwie ist sowohl iana als auch raya ein bisschen fehl am platz aber nur ein bisschen du bist ja schon mal unglaublich cool raya red doch mal mit sarah pancakes oh die ist bei der pancake familie vielleicht ist sie dann doch nicht so cool aber sie sieht voll süß aus ja die gefällt mir mit der könnten wir uns mal anfreunden andere kinder sind hier sicher nicht du siehst auch cool aus greta laurent stellen wir uns auch bei ihr freundlich vor molly prescott wie lang ist denn die ein teenager seltsam julia flemming elsa björgsen und das sind alles so bekannte namen oh du bist ja wunderschön lina brandenburg bei der können wir uns auch mal vorstellen gut raya kann dann hier spaß haben und hier könnten wir auch souvenirs kaufen ja ich glaube wir brauchen ein quarterback shirt wir werden ein quarterback shirt kaufen und anziehen ich sehe raya nämlich tatsächlich bei den footballspielern also ich weiß nicht wie es euch geht aber ich glaube da würde sie sehr sehr gut hinpassen oh und juru schläft jetzt hier er ist ja immerhin auch schon alter hund ich glaube es passt schon dass wir ihn mitgenommen haben aber er will hier eben sehr viel schlafen und natürlich lassen wir ihn das auch also wir werden ihn jetzt nicht aufwecken und nerven was haben wir hier ah hier darf man nicht auf den rasen alles klar ich sagte gerade er will sicher schlafen und jetzt läuft er hier durch die welt ja gut wenn er möchte wo ist fabian ach der ist ja schon da hier sitzt er und liest ein buch jana geh mal zu ihm hin wir werden einmal von fitness schwärmen und dann werden wir ihm einen witz über werwolf erzählen raya wie geht es dir hast du dein shirt schon sie geht jetzt gerade ihr t-shirt kaufen ich bin schon voll gespannt ich habe keine ahnung wie das aussieht das ist das shirt des quarterbacks ist das ein scherz du kannst kein t-shirt anziehen wenn du bereits ein ganz körper outfit trägst was trägt sie denn da ich bin voll verwirrt ich habe keine ahnung was da passiert ich glaube nicht dass irgendwas davon das shirt des quarterbacks war ich probiere es einfach nochmal raya wir ziehen jetzt das quarterbacks shirt an das kann doch kein kleid sein was ist eigentlich schon wieder mit meinem spiel los ist das bei noch irgendwem verbuggt oder liegt es schon wieder an mir könnt ihr mir das mal in die kommentare schreiben ich bin verwirrt aber weißt du was raya hab einfach spaß ich beschäftige mich jetzt wieder mit deiner mutter nein du kaufst hier kein essen oder getränke wo ist denn jetzt schon wieder fabian den hast du schon wieder vertrieben iana stimmt's dieser sims ach hier ist er vielleicht wundern sich jetzt ein paar von euch warum ich nicht lou mitgenommen habe ganz einfach bis vor kurzem hat sich raya tatsächlich noch gewünscht dass sie und lou feinde werden jetzt irgendwie nicht mehr also ich bin sehr froh dass es jetzt nicht mehr so ist aber es war bis vor kurzem noch so und ich wollte da nichts provozieren iana wird fabian jetzt einmal schmeicheln und ich glaube dann fragen wir ihn jetzt einfach wo haben wir das denn bitten eine techtel mächtel partnerschaft einzugehen was passiert dann ich habe keine ahnung gibt es da regeln wird fabian uns die regeln sagen machen wir uns die regeln aus iana kennt jetzt die techtel mächtel interessen von fabian ja und was ist jetzt techtel mächtel partner iana und fabian haben sich geeinigt ihre beziehung auf techtel mächtel zu konzentrieren und das heißt sie können jetzt techtel mächtel ich verstehe gar nichts mehr könnt ihr jetzt einfach nein könnt ihr nicht ja aber für was ist das denn dann gut wenn sie erst wieder eine beziehung also eine romantische beziehung miteinander aufbauen müssen ich verstehe nichts oder gibt es hier einfach keinen techtel mächtel spot ist das das problem wieso gibt es hier keinen techtel mächtel spot tut mir leid ich muss diese schule jetzt ein bisschen verunstalten was wäre denn ein guter platz ich glaube da gibt es so einen busch ja ich weiß es ist natürlich super toll weil ihre tochter auch da ist sorry uriah du wirst es nicht mitbekommen versprochen wir stellen hier diesen busch hin ganz unauffällig können wir darin jetzt techtel mächteln ja perfekt und funktioniert das jetzt einfach so ohne irgendeine romantische beziehung also irgendwie passiert da absolut gar nichts wenn ich da drauf klicke egal sonst nehmen wir fabian dann einfach mit nach hause oh und raya kommt einfach ganz nach ihrer mutter und kickt hier mit dem ball wie cool ist das mich nervt das noch immer dass das nicht funktioniert hat mit dem quarterback shirt aber wir können hier ja mal zuhören können wir hier zuhören nein und mit einem football kann sie auch nicht spielen irgendwie kann sie hier gar nichts machen ja okay zumindest hat sie die high school mal gesehen sie hat gesehen was sie erwartet und ich glaube sie hat jetzt auch nicht so einen schlechten eindruck davon ich schätze iana hat gedacht dass noch mehr andere kinder da sind die eben auch bald dort gehen werden aber das war leider nicht der fall kann man leider nichts machen aber dann werden wir jetzt mal nach hause reisen war jetzt leider nicht so erfolgreich wie ich mir erhofft hatte aber kann man nichts machen manchmal sind ausflüge eben nicht so erfolgreich wie man gerne hätte ja und das ist schon in ordnung und wir sind wieder da der football wettkampf ist vorbei aber leider war iana nicht unter den gewinnern eine höhere fitnessfähigkeit kann helfen beim nächsten mal eine höhere platzierung zu erreichen ich glaube raya kann dann gleich mal ins bett gehen und irgendwie hätte ich gern dass iana jetzt noch zu fabian mit nach hause geht ich habe nur keine ahnung wo er wohnt das muss ich jetzt mal ganz kurz checken er wohnt tatsächlich im brindleton bay im bootshaus von badlington dann schauen wir da jetzt einfach mal mit ihm hin ich hoffe er wohnt in keinem haushalt mit 1000 sims aber irgendwie gibt es in meinen let's plays nur haushalte mit 1000 sims deswegen habe ich nicht so große hoffnung aber wir schauen einfach mal hier wohnt einfach ein roboter tobor zenit hä wie passiert denn sowas und hier wohnt fabian er wohnt tatsächlich alleine das habe ich noch nie erlebt aber gut dann gehen wir jetzt mit ihm gemeinsam zu ihm nach hause ich bin sowieso neugierig wie er lebt und ja dann können wir das mit der techtel mechtel partnerschaft ja mal ausprobieren vielleicht funktioniert es ja diesmal ich verstehe übrigens auch nicht wieso ich immer vergesse wie das wirklich heißt ich glaube nämlich nicht dass es techtel mechtel partnerschaft geheißen hat ok wir sind hier das also dein zuhause fabian ich würde es jetzt mal als spärlich eingerichtet bezeichnen irgendwie sieht es aus wie in sims 2 bin ich das gut nein ich würde ja gern sagen ich habe schon mal schlimmere häuser gesehen aber tatsächlich nicht und ich weiß noch nicht was sollen das ändern dass hier die sachen schief stehen seltsames haus aber gut die beiden setzen sich jetzt mal hier hin jana hat auch noch immer ihre sportkleidung an wir werden jetzt nochmal von fitness schwärmern das machen wir ja irgendwie immer wenn wir ihn sehen und dann werden wir eine unverschämte geschichte erzählen und jemanden parodieren und jetzt probieren wir das nochmal können wir hier ein techtel mechtel haben jetzt scheint es zu funktionieren plaudern klammer techtel mechtel habt ihr das schon gewusst techtel mechtel ist jetzt plaudern das fällt offiziell darunter finde ich schön funktioniert es funktioniert es es scheint tatsächlich zu funktionieren finde ich wirklich sehr sehr cool dass das jetzt geht es wurde nicht verhütet kann mir was sagen warum ich eigentlich so bin warum habe ich jetzt absolut nicht dran gedacht dass jana schwanger werden könnte was ist eigentlich los mit mir ja gut nein jana wir gehen jetzt gleich nach hause ich glaube das war jetzt eine sehr sehr dumme aktion ich meine ja raya muss ja noch geschwister bekommen aber das war jetzt so echt nicht geplant bei meinem glück rechne ich nämlich auf jeden fall damit dass jana schwanger ist vermute ich sogar mit zwillingen oder trillingen weil ein kind ist nie genug falls ihr auch mal eine 100 baby challenge schaut wisst ihr vermute ich wovon ich rede dann ist jana jetzt mal baden und ich glaube am nächsten morgen werden wir dann gleich den schwangerschaftstest machen vielleicht sollte sie davor noch zur uni gehen wir haben ja morgen den letzten tag vom semester ich glaube ganz ehrlich sie möchte sich da jetzt nicht damit auseinandersetzen deshalb werden wir morgen noch die uni hinter uns bringen und dann wird sie dann schwangerschaftstest machen ich könnte mir übrigens vorstellen dass ihr euch schon fragt wann ich endlich janas zimmer umgestalte und ich würde das sehr sehr gerne machen wenn die familie ein bisschen mehr geld hat aber ich glaube das wird nichts mehr also vermutlich dann einfach wenn sie zur teenagerin wird und ich weiß auch nicht warum sie um halb zwei uhr morgens jetzt aufgestanden ist und ihre hausaufgaben macht aber in diesem haushalt dürfen alle machen was sie wollen es ist ein freier haushalt jeder kann machen was er möchte wir haben jetzt freitags 7 uhr früh und gerade die benachrichtigung bekommen die abschlussprüfung ist in einer stunde vielleicht reicht die zeit noch zum büffeln also eigentlich haben wir genug gelernt ich meine keine ahnung ob es jetzt wirklich ausreicht jana ist gerade dabei ein joko zu frühstücken und ich würde ja sagen sie soll sich dann noch etwas anschauen aber das geht sich glaube ich nicht mehr aus raya kann dann auch mal aufstehen sie muss nämlich auch gleich zur schule sie hat heute tatsächlich den letzten tag in der grundschule und den nächsten schultag nach dem wochenende verbringt sie dann tatsächlich schon an der highschool jana hat ihre hausarbeit zuversichtlich eingereicht und im kurs so viel wissen wie möglich aufgesaugt ihre bemühungen werden sich bei der endnote für den kurs ganz sicher auszahlen ich glaube das sieht gut aus vielleicht schaffen wir diesmal wirklich alles jana hätte es wirklich verdient eine sache machen wir noch bevor wir den test jetzt machen jana wird damit beginnen ihr erstes buch zu schreiben wir werden ein genre buch schreiben kinder oder kurzgeschichten ich glaube jana ist jetzt nicht so die person für kindergeschichten deshalb machen wir mal ein buch mit kurzgeschichten ich finde das ist eine schöne idee und ich glaube darin wird es jetzt einfach von ihren erfahrungen als werwolf berichten ich glaube für den anfang belassen wir es ganz schlicht und nennen es ich und meine wut das ist eine sammlung von kurzgeschichten über mich und meinen umgang mit wut kreativ kurz und kratzig gut und dann beginnt jana jetzt daran zu arbeiten das wäre nämlich wirklich ein sehr cooler nebenverdienst vor allem wenn sie jetzt wirklich noch ein kind bekommen sollte was soll denn das dann überhaupt leben vermutlich müssen wir ihr büro dann in ein kinderzimmer umbauen und sie muss dann eben hier ihren computer haben anders geht sich das leider nicht aus schreiben ist fantastisch jana erreicht wahre literarische brillanz soll sie schriftlich darlegen dass sie schreiben mag ja warum nicht und jetzt ruft uns salim an ja date wen du willst ist mir eigentlich egal und jetzt wird es ernst denn jetzt wird jana einen schwangerschaftstest machen und dann werden wir herausfinden ob sie und fabian ein kind bekommen oder nicht irgendwie befürchte ich ja denn ihre bedürfnisse sinken sehr sehr schnell aber ich kann mich natürlich auch täuschen sie sieht besorgt aus jana sag uns das ergebnis für zwei essen jana ist schwanger ich wusste es und beim gedanken kotzt sie sich gleich fast an wie schön ist das denn aber an dieser stelle werde ich den part dann auch beenden und nun sind wir schon am ende meines videos angelangt ich hoffe sehr dass es euch gefallen hat und wie immer freue ich mich über jedes like jedes abo und jeden kommentar und ich hoffe wir sehen uns in meinem nächsten video wieder bis bald